Er ist der dritte Neuzugang dieses Sommers. Nach David Bates und Manuel Winsheimer hat nun Christoph Moritz einen Vertrag bei unserem HSV unterschrieben. Ich hatte erstmal zum Ende der Rückrunde sehr gute Gespräche mit eurem Trainer und eurem Sportdirektor. Das ist ja meistens so, dass man da ein Gefühl so entwickelt, für welchen Verein man das beste Gefühl für die Zukunft bekommen könnte. Und das war hier direkt von Anfang an so. Am Mittwochmorgen absolvierte Christoph Moritz den obligatorischen Medizin-Check im UKE und unterschrieb dann am frühen Nachmittag seinen Vertrag. Wir haben uns gemeinsam für Christoph Moritz entschieden, weil wir einen erfahrenen Spieler haben wollten, auch auf dieser zentralen Position. Und Christoph zeichnete aus, dass er zum einen sehr guter Fußballer ist, aber darüber hinaus auch sehr, sehr laufstark ist und von seiner Mentalität und Persönlichkeit ein ganz bodenständiger und fleißiger Arbeiter, der uns sportlich, aber auch in der Gruppe verstärken wird.